Die ersten Stormtrooper-NFTs landen auf der Vivi-App. Außerdem gibt es ein spannendes Secret auf der neuen Vivi-Comic-Website. Außerdem gibt es einen spannenden Hinweis in den Terms of Conditions zum Thema Interoperability mit anderen Marktplätzen. Das war noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich an dieser Stelle mit meinem letzten Video. Dort habe ich ja unter anderem auch die Vivi-Comic-App einmal vorgestellt. Das Ganze könnt ihr euch wie gesagt auch downloaden auf euer Handy und dort die Comics dann auch lesen. Das spannende Feature, was ich jetzt aber entdeckt habe, ist tatsächlich das Redeemen von Codes. Denn solltet ihr ein Comic verkaufen, dann habt ihr die Möglichkeit hier auch dieses Comic weiterhin zu lesen. Das heißt, du gibst nur hier im Prinzip das NFT ab, kannst aber weiterhin das Comic lesen. Das Ganze sind Redeem-Codes, die du dann nutzen kannst, um sie bei Marvel einzulösen, um dort dann im Prinzip das Comic weiterhin zu lesen. Das Ganze ist dann nicht mehr in der Vivi-App verfügbar bzw. in der Vivi-Comic-App verfügbar, sondern läuft dann wohl über Marvel. Um die Codes einzulösen, gehst du in der Vivi-Comic-Website auf den Punkt Library. Dort kannst du nun alle Comics einsehen, die du bis jetzt gekauft hast. Und bei den neuen Comics ist das in diesem Fall der Fall, dass du hier auf diese drei Punkte klicken kannst und dann hier unter Redeem diesen Code dir anschauen kannst. Hier siehst du dann im Prinzip alle Comics, die du bisher verkauft hast und mit dem entsprechenden Code. Wenn du hier auf Show Redeem Code gehst, dann siehst du hier den Redeem Code und kannst diesen hier unter diesem Link bei Marvel einlösen und kannst dieses Comic dann auch weiterhin lesen. Ich persönlich finde das ein unfassbar cooles Feature, denn es gibt dir die Möglichkeit auch nach dem Verkauf wenigstens das Comic noch zu lesen, auch wenn du es selber eigentlich gar nicht mehr besitzt. Jetzt ist natürlich die Frage, aber wo kannst du sehen, ob das Vivi-Comic, was du hier auf der Vivi-Comic-Website gekauft hast, auch wirklich diesen Redeem Code enthält? Dazu kannst du immer, wenn du auf die Limited Edition klickst, hier diesen Text dir durchlesen. Und hier steht in diesem Fall All Comics can be read und Vivi Comic Reader up until you sell them. Das heißt, ihr könnt dann im Prinzip hier diesen Promocode nutzen, um das Comic weiterhin zu lesen. Finde ich ein unfassbar cooles Feature. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr dieses Feature findet. Kommen wir nun zu den ersten Stormtrooper-NFTs auf der Vivi-App und das freut mich wirklich unfassbar, dass wir jetzt ja auch endlich diese Collectibles auf der Vivi-App sehen. Und ich würde sagen, dementsprechend schauen wir uns das Gesamte direkt mal an. Das Ganze wird hier am 24. März um 16 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze hier am nächsten Sonntag sozusagen, also in einer Woche. Und wir werden hier einmal diese Stormtrooper bekommen. Diese werden außerdem animiert und mit Sounds an, was sehr, sehr cool ist. Das wird in dem Fall eine Kammen sein und einen Listenpreis von gerade mal 10 Gems haben, sowie eine Editionzahl von 15.010 Stück, was erstmal wirklich äußerst, äußerst cool ist. Denn das bietet wirklich die Möglichkeit einer Menge Leute hier auch eine gewisse, ja schon kleine Stormtrooper-Armee zu bauen. Außerdem vom Preis her völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Das Ganze wird natürlich auch eine First Appearance sein. Die First Publicment wird hier eine 41 sein. Kommen wir zum nächsten Collectible und das wird eine Limited, beziehungsweise Special Edition sein. Und diese wird eine Editionzahl von 501 Stück haben und hier an dieser Stelle natürlich auch eine First Appearance sein. Das Ganze finde ich persönlich auf jeden Fall super, super cool. Schreibt unbedingt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Kommen wir als nächstes zu einem Tweet, beziehungsweise einer Sache, die tatsächlich der Fadi gestern gefunden hatte. Und zwar nämlich eine neue Sache unter den Terms of Use. In diesem Fall hier unter dem Artikel vom neuen Stormtrooper-NFT. Und hier geht es um Third Party Marketplaces. Und das ist wirklich äußerst spannend. An dieser Stelle lese ich euch das mal ganz kurz vor. Ein Third Party Marketplace, also ein Drittanbieter-Marketplace, means a marketplace service operated by a Third Party Marketplace operator and not by Vivi. Das heißt, dass hier im Prinzip ein Marktplatz sozusagen verwaltet wird, aber nicht von Vivi. Approved by Vivi where a user may be permitted by that Third Party Marketplace operator to list contain collectibles for sale or where a user may be permitted to purchase or sell container collectibles on that marketplace service using currencies permitted by that Third Party Marketplace operator. Was eigentlich ich damit sagen möchte, beziehungsweise was der Text wahrscheinlich damit sagen möchte, ist, dass es hier eine mögliche Vorbereitung darauf ist, Interoperability für bestehende Collectibles zu schaffen. Das heißt, dass ihr diese auf einen anderen Marktplatz schicken könnt, dort verkaufen könnt, sowie auch natürlich dort kaufen könnt und wieder zurückschicken könnt. Ich persönlich finde das eine unfassbar coole Sache und bin sehr gespannt, was da wirklich auf uns zukommen wird. Und wer sich in das Ganze nochmal mehr reinlesen möchte, es gibt mittlerweile unter den Terms of Use bzw. Terms of Conditions einen neuen Part und zwar nicht Third Party Marketplaces. Und das finde ich persönlich unfassbar interessant, denn warum sollten sie sowas hinzufügen, wenn in der Zukunft sowas eigentlich nicht kommen sollte, laut vielen Leuten, die darauf schon ewig warten. Dementsprechend, ihr könnt es euch gerne nochmal durchlesen hier, ich lasse das mal ganz kurz eine Sekunde für euch offen und ja, wirklich äußerst, äußerst spannend, was hier beschrieben wird, was möglich ist, wie sie sich natürlich auch selber rechtlich hier absichern. Für mich klingt das alles sehr, sehr stark danach, dass wir Interoperability im Jahr 2024 sehen werden mit ein oder mehreren neuen Marktplätzen. Welche Marktplätze das sein können, das steht natürlich noch im Raum. Ich könnte mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass es einige der bekanntesten, zum Beispiel Rarible oder natürlich auch OpenSea sein könnten. Das hängt natürlich aber ganz stark davon ab, mit welchem Marktplace sie dann hier wirklich auch kooperieren werden. Und das waren jetzt auch schon die wichtigsten Dinge, die du auf jeden Fall zum Sonntag wissen musst. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao.